Bei Markus Lanz konnte man gestern sehen, was passiert, wenn zwei Personen aufeinandertreffen, wovon der eine wirklich Ahnung hat und der andere einfach nur rumschwafelt. Denn gestern trafen Christian Lohmeier und Ralf Stegner aufeinander. Und wie gesagt, der eine als Betroffener wusste genau, wovon er spricht, und der andere ist halt Ralf Stegner. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Schön, dass ihr auch heute wieder alle dabei seid. Und wie ihr hört, so langsam kommt meine Stimme auch so ein bisschen wieder, ist immer noch ein bisschen nasal. Aber ich hoffe, dass das hier in diesem Video nicht allzu sehr etwas ausmacht. Und nochmals danke an alle für die ganzen Genesungswünsche. Und das hat mich wirklich, wirklich gefreut. Also das zaubert mir auch wirklich jedes Mal ein Lächeln auf die Lippen. So, meine Lieben, hier mal ein kleiner Einschnitt aus dem Off. Das liegt einfach daran, dass ich gerade das Video hochgeladen habe. Und bei mir dauert es ja aufgrund der Internetgeschwindigkeit ja mindestens eine Stunde, bis so ein Video dann online ist. Ja, und jetzt hat der Betreiber dieser Plattform halt gesagt, nee, pass auf, das geht nicht, dein Video ist weltweit gesperrt. Dementsprechend sitze ich jetzt wieder hier und habe jetzt erstmal die ganzen Passagen, die ich von Markus Lanz herausgenommen habe, um sie euch zu zeigen, die habe ich jetzt erstmal entfernt. Das heißt, ihr werdet bei diesem Video mitkriegen, dass da so einige Sprünge drin sind. Ich versuche das einfach mal damit zu kaschieren, indem ich euch entsprechende Artikel dann jetzt hier auch einblenden werde, wo die besagten Dinge dann auch gesagt worden sind. Von daher hoffe ich einfach auf euer Verständnis. Und ja, es wird halt ein bisschen anders werden, das Video, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Aber da ich jetzt schon Arbeit reingesteckt habe und auch was dazu sagen kann und wollte, ja, muss es jetzt dieses Mal halt leider so laufen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter im Video, ne? Wenden wir uns in diesem Video dem Thema zu, was diese Woche ebenfalls hohe Wellen geschlagen hat. Und auch Markus Lanz nahm sich dieses Themas an. Und so lud er mit Christian Lohmeier auch einen Landwirt ein, der von der Materie nicht nur Ahnung hat, sondern sich auch vor der Kamera gut geschlagen hat. Und er sprach auch dementsprechend dann darüber, was eigentlich hinter dieser ganzen Protestaktion der Landwirte steckt. Dass es nicht nur um die Rücknahme der Kfz-Steuerbefreiung, die die Ampel ja nun wieder zurückgenommen hat, geht. Oder die im Grunde genommen implizierte Steuererhöhung auf den Agrardiesel, die ja uns immer versucht wird als Subvention zu verkaufen. Dass es nicht nur darum geht, sondern dass hinter der ganzen Thematik und warum die Landwirte nun bundesweit auf der Straße sind, dass diese Ursache viel, viel tiefer geht. Ja, und auch hier konnte man schon sehen, dass dem doch immer sehr freundlich dreinblickenden Ralf Stegner das alles anscheinend nicht gefallen hat, was Christian Lohmeier dort sagte. Aber Ralf Stegner sollte ja später auch noch einmal zu Wort kommen. Auf jeden Fall äußerte sich Christian Lohmeier auch noch darüber, wohin der Großteil der eigentlichen EU-Agrarsubventionen hingehen. Denn das sind nicht die Landwirte, wie landläufig gemeint, oder die großen Bauern, sondern es sind vor allem, wie ihr gleich hören werdet, die eigenen Ministerien hier in Deutschland. Und vielleicht kennt auch der ein oder andere von euch diese Grafik hier. In dieser Grafik wird versucht zu vermitteln, dass es ja eigentlich in den letzten zwei Jahren, also seitdem die Ampel an der Regierung ist, für die Bauern extrem gut gelaufen ist hier in Deutschland. So, und wenn man die Hintergründe nicht kennt, dann denkt man sich ja, Mensch, was regen die sich denn eigentlich so auf? Schaut mal, wie viel die hier verdient haben, seitdem Cem Özdemir Landwirtschaftsminister ist. Aber auch mit dieser Geschichte räumt Christian Lohmeier auf und sagt, woher denn die Gewinne der letzten zwei Jahre in der Landwirtschaft wirklich stammen. Ja, und hier fühlte sich Ralf Stegner von der SPD anscheinend irgendwie sichtlich getroffen. Ja, und wir kennen das ja, getroffene Hundebellen. Und dementsprechend äußerte sich Ralf Stegner auch in dieser Manier. Also er sprach, anstatt dass er wirklich sachliche und fundierte Argumente vorgebracht hat, ging es wieder nur um Polemik, Populismus und irgendwelches Geschwubbel, welches er aus seinem SPD-Parteibuch anscheinend auswendig gelernt zu haben scheint. Und hier zeigt sich einmal wieder, dass auch die SPD, genauso wie die Grünen, ganz gerne alles so ein bisschen planwirtschaftlich in der Hand haben möchten. Ja, sie möchten sich überall einmischen, sie definieren neue Regeln. Sie sagen, wenn ihr das so und so haben möchtet, also sprich jetzt zum Beispiel, wenn ihr die Gelder aus der EU haben möchtet, dann müsst ihr jetzt so und so viel Prozent, also in diesem Fall vier Prozent, eurer Ackerfläche brachlegen. Ihr müsst die und die Vorschriften einhalten, ihr müsst die und die Formulare ausfüllen. Und es ist das Typische in einem planwirtschaftlich oder sozialistisch angehauchten Staat, dass dieser Staat halt alles irgendwie koordinieren möchte. Und eine Wirtschaft funktioniert grundsätzlich immer dann am besten, wenn sich die Politik so weit wie möglich aus dieser entsprechenden Wirtschaft auch heraushält. Das hat man nicht nur weltweit gesehen, sondern um es ganz spezifisch zu sagen, kann man, wenn man einmal in die deutsche Vergangenheit blickt, sehen, dass das Wirtschaftswachstum, ja, oder das Wirtschaftswunder sogar, was wir hier nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, sich darauf aufbaute, dass die Politik Freiheiten gab. Vor allen Dingen der Wirtschaft die Freiheit gab, sich zu entwickeln, zu prosperieren und ohne die abstrusesten Dinge zu fordern, zu sagen, ihr bekommt nur dann und dann etwas, wenn ihr das und das umsetzt. Sicherlich gibt es auch gute Gesetze, ja, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Auch Verbote gehören zu einer Gesellschaft hinzu, ja, also zum Beispiel das Verbot, ohne ein geschnalltes Auto zu fahren oder das Verbot mit so und so viel Promille überhaupt Auto zu fahren oder dass man kein Altöl in den Wald kippt. Das sind alles Sachen, da kommt, also das entspringt auch dem normalen menschlichen Verstand. Aber Politiker sollen aufhören, sich in Sachen einzumischen und massiv in Sachen einzumischen von Dingen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Denn ein Unternehmer, egal ob nun Landwirt, Spediteur, Handwerker, wird eher wissen, wie er sein Unternehmen zu führen hat, als ein Politiker, der gegebenenfalls nicht mal eine Ausbildung vorzuweisen hat. Und das Fazit dieses Videos ist, meine Lieben, zwar meinte Christian Lindner etwas anderes, indem er sagte, die Bauern hätten sich verrannt, aber ehrlich gesagt haben nicht die Bauern sich verrannt, sondern die Politik hat sich verrannt. Und genau das ist jetzt der Grund, warum so viele Menschen auf der Straße sind, um ihren Unmut kundzutun, ihnen zu sagen, haltet euch aus unserem Leben heraus. Und genau dies fällt der Ampel jetzt momentan massiv auf die Füße. Und meine Meinung dazu ist immer noch, dass dies das Ende der Ampel eingeläutet hat. Denn die Menschen hier in diesem Land lassen und werden es auch in Zukunft nicht mehr mit sich machen lassen, dass man sich überall bei ihnen einmischen wird. Sei es nun im Heizungskeller oder was wir essen sollen und was wir nicht essen sollen und so weiter und so fort. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich gesegneten, entspannten und vor allem erfolgreichen Tag. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video dann einmal wiedersehen werden.